Herzlich Willkommen zurück in Lanzani TV aus Wien. Und dass Lanzani auch etwas Kulturelles macht in Wien, ist für viele nicht klar. Aber hier ist der Beweis dafür. Kaffee-Zentral der beste Kaiserschmarrn mit Zwetschgenrösten. Klavier-Zentral der beste Kaiserschmarrn. Mal schauen, was die hier noch in der Vitrine haben, so spät am Abend. Ganz berühmt natürlich die Sachertorte und die Esterhazy-Torte. Ja, das wäre sie aus dem Lanzani TV aus Wien. Da komme ich gerade Hunger rüber. Und wie gesagt, kulturell lässt sich hier gut leben lassen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, herzlich willkommen im Café Zentral von Lanzani TV aus Wien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.